Mein Name ist Madeleine Fedonik. Ich bin 19 Jahre alt. Mein Sternzeichen ist Steinbock. Ich bin Miss Salzburg. Ich mache nebenbei die Matura, arbeite als Tierarztassistentin und leite zwei Mutter-Kind-Gruppen, viele Fußball und Volleyball. Ich hoffe, ich sammle sehr viele neue Erfahrungen und habe eine tolle Zeit hier. Madeleine, warum möchtest du Miss Austria werden? Ich möchte einfach der Welt beweisen, dass ich die Mut dazu habe. Ich will auch mir selbst das beweisen, einfach zu zeigen, dass ich was drauf habe und das Zeug dazu habe. Wie nimmst du die anderen Mädels wahr? Natürlich schaut man jede Einzelne genauer an und so. Aber bis jetzt alle wirklich sehr nette Mädels. Also ich habe mit niemandem Probleme. Sie sind alle wunderhübsch. Also die Konkurrenz ist riesig.